ganz anfassen ich sehe mal den kürbischef da ist er das bacher gebiet soll es denn mal möglich sein du hast wirklich drei und nicht ein da ist noch einer hat nur seine hässlichen eier ins gesicht gezogen hundeklöten aber der bomblenz ist geil wenn zwei kütte nebeneinander sind ganz schön mit einem schlag ja wenn sie nicht so nah beieinander stehen ist es gefährlich wenn man das das schrug zog der ausdauer weg na kürbis kürbis cool das geräusch oder kommt das geräusch eigentlich immer dann wenn jemand den kürbis hinweis und man hört es über die ganze map bei dem hinweis kann es sein gestern hatte ich noch mal ein spiel mit einem typ und das lustige war wir sind im großen gebiet bis vorn und irgendwie sind alle zu zu dem boss rüber gegangen und keiner hat den bock den kleinen zu machen sonst habe ich auch nicht so schlimm von das ist ein emulator zack und das teamwork vom feinsten auch vorher habe ich mir vorbeigelaufen geil mist alter diese leiche da die da sitzt zwischen 100 finger kaputt schießen und dann beschleichen uns vorbei und hier und hier hast du sicht gemacht ja es ist noch weiß schon hier da felsen noch nie gesehen ist der boss hier ja ist ja nur noch hier die möglichkeit cool ich gehe schnell rein oder warte ich will doch nicht hinweisen ich will doch nicht das jetzt hier dich in den beschissenen paar punkten oh ich habe eine axt warte ich bin schon da so 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 na dann hinein gute schule ich kann es noch nicht fassen ich sehe mal den kürbischef da ist er nein man warte ich schieße ihn mal mit der springer oh ja achtung ja da liegt schon seine rüber die ist schon ab ja der kürbiskopf das muss man hören ja ja muss drauf treten ich habe einen zerhack zauber schönes ding das war es endlich mal ja ich kann nicht mehr ins kopf das ist doch mit der mistgabel auf den losgegangen ne oder axt ah ok weil da lag auf einmal noch eine mistgabel mitten auf dem boden ne ist nicht von mir ok bist du grad an der tür da ne das sind unerfahrene ah der hat ne hau der hat ne hau der hat ne hau der ist hier vorne hm ja ah jetzt wird er nicht mehr konzentrativen aber sein partner ist hinten auf der anderen seite he sauber schönen headshot verpasst wo ist sein partner immer wenn ich los rennen will immer wenn ich los rennen will ich glaube sein partner war hier auf der rückseite glaubst du dich? ne das ist der gepanzerte auch mal was zum abfackeln ja hier sind ein paar aber warte ich nehme erstmal auf und guck Okay. Der war anscheinend allein, da ist keiner hier. Achso. Gucke nochmal schnell. So, nichts hier sehen. Geil. Jetzt höre ich meine Hapune wieder voll. Cool. So, wo gehen wir denn dann hin? Ähm. Zum anderen Bus? Ja. Weil unten beim Flachthorst ist auch noch ein Ausgang nach Viehzucht. Oh, hier ist ein Lootbox. Schön. Hier wäre noch eine Laterne, wenn du den doch anfackeln willst. Oh, ich habe eine Haftgumpe. Das sehe ich gerade. Die habe ich irgendwo wahrscheinlich aufgehoben. Ja, für die Spinne ist gut, wenn wir sie finden, dann... Ja. Hier ist er nicht. Hier ist er. Das ist ja noch... Schatz. Alter. Warte, ich kill den mal. Ja. Das ist ja noch ein Dings... Hinweis. Sehr nice. Muss noch ein Körbis irgendwo liegen. Ja, der ist kaputt. Scheiße. Oh. Und hier ist noch eine Vogelscheuche. Haben wir den Körbis dann trotzdem gekriegt? Ja. Also jetzt... Drehbau der Docks. Hier ist noch ein Docks. Was sagst du? Na, Docks ist näher von hier. Okay. Cool. Alter, jetzt schon wieder eine New Later. Magst du gerade mal gucken? Ja, kannst du gerade sagen. Oh ja. Da hinten und hier vorne liegen. Also zwei Teams. Ne, eins glaube ich. Und hier hinten war auch noch einer. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Ne. Aber die haben sich aufgeteilt. Also einer im Kompond und der andere außerhalb. Ja, einer wahrscheinlich auch auf dem Kompond. Bisschen rechts. Bisschen mehr rechts. Okay. Oh, da kam doch schon... Er ist da oben drauf. Links. Knochen-Doktor. Knochen-Doktor ist tot. Ich gucke mal. Sein Partner ist auch da oben. Der hat das Tor gerade zugeschossen. Der ist da rechts. Gerade nachladen. Der ist weiter hinten jetzt. Alter, warum wirfst du denn schon? Der hat gerade bei mir einfach losgelassen. Ich wollte es eigentlich noch ein bisschen länger halten. Achtung, der wirft was. Der ist immer noch oben. Aber mehr auf deiner Seite. Oh, weg ist es auch. Ja. Ja, ja. Sicht auffrischen. Ach, gibt's ja sowieso. Wir haben ja noch nicht mal aufgehoben. Alter, Crown King hatte die haben statt. Guck mal. Glück sind wir nicht nah genug damit. Ja. Und ein Abercut. Der hat auch einen schönen Abercut, der hier. Wieso? Abercut scheint dann auch zu funktionieren. Aber... Ja. Hm. Keiner weiter da? Nee. Ja, wo geht's raus? Nach unten. Bei Teventrench. Ja. Ja. Das hält sich unten an. Das ist immer wieder geil. Danke. Na gut, dann bis gleich. Jo, bis gleich. Bis zum nächsten Mal.